Hier sehen Sie, wie ein Adobe Connect Raum bei der VPH für Referentinnen und Comouts aussieht. Etwas verwirrend auf den ersten Blick, daher schauen wir uns das Ganze etwas vereinfacht an. Sie sehen ganz links den Freigabe-Pod, der für Videos, Übertragungen, aber vor allem für die Präsentation gedacht ist. Sie sehen ganz unten links auch die Pfeile, wo Sie hin und her navigieren können, sowie eine Möglichkeit, Notizen einzublenden. Außerdem sehen Sie in der Mitte die Möglichkeit, eine Webcam zuzuschalten, darunter den TeilnehmerInnen-Pod, den allgemeinen Chat und rechts den Comout-Bereich.